Musik Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategie-Ticker des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Donnerstag, den 19. März 2015. Nach den letzten schwächeren Tagen sehen wir heute wieder eine Erholungstenenz bzw. eine starke Schwankung. Heute im vorbörslichen Handel um 8.20 Uhr war der DAX mal bis auf 11.840 Punkte gefallen, um sich dann innerhalb von einer Stunde um 160 Punkte wieder nach oben zu bewegen. Jetzt geht es wieder 25 Punkte runter. Also Bullen und Bären sind im Moment in einem Kampf. Das hat natürlich wesentlich damit zu tun, dass Janet Yellen gestern auf der Pressekonferenz die Notenbankpolitik erläutert hat. Ein bisschen wird der Markt darauf vorbereitet, dass es eine Zinswende geben kann, aber auch doch nur insgesamt halbherzig. Das Wort geduldig wird aus dem Statement gestrichen, aber Janet Yellen, die Fed-Chefin, sagte gleichzeitig, das hieße nicht, dass man nun ungeduldig werde. Also insofern weiß man im Federal Open Market Committee offenbar selbst nicht so ganz genau, wohin die Reise geht. Und man will sich alle Türen offen halten, aber gleichzeitig den Markt darauf vorbereiten. Also insgesamt alles sehr nebulös. Insgesamt klingt das allerdings eher so, als ob die Wahrscheinlichkeit gestiegen sei, dass die nächste Zinsrunde oder beziehungsweise die Zinstrendwende in den USA möglicherweise auf den Herbst verschoben werden könnte. Denn die Federal Reserve scheint nicht mehr diesem Approach zu folgen, dass man 18 Monate im Voraus handeln will, damit die Zinsmaßnahmen auch eine entsprechende Wirkung haben. Das bedeutet, dass der Dollar gestern ein gutes Stück unter Druck gekommen ist, hat rund 3 Cent zugelegt gegenüber dem Euro heute Morgen. Im frühen Geschäft sehen wir eher Abgaben, aber das ist für mich eine gute Möglichkeit, hier wieder an Bord zu gehen. Wir haben im Moment Kurse unterhalb von 1,06. Das ist für mich eine Zone, wo dann eine kräftigere Gegenbewegung dann mal in Richtung mindestens 1,09 einsetzen könnte. Die Dollar-Schwäche betrifft alle Währungen, auch gegenüber dem Pfund Sterling hat der Dollar stark nachgegeben. Auch hier werden wir im Frankfurter Börsenbrief sicherlich eine neue Spekulation starten. Also für meine Begriffe ist das eine gute Möglichkeit, jetzt mal eine Position in die andere Richtung einzunehmen. Und vom Timing vom heutigen Tag sicherlich ideal zu einem Einstieg. Für eine Spekulation, wie lange sie dauern wird, eine Woche oder zwei, kann man im Moment noch nicht absehen. Wir werden das sicherlich hier im Frankfurter Börsenbrief kommentieren und auch im Frankfurter Börsenbrief in der Printausgabe über Stopps begleiten. Das sind die Hinweise für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen melde ich mich wieder. Bis dahin, alles gut. Ihr Bernhard Glinzing. Vielen Dank.